Alle kennt ja die Taktik mit dem Larmus und den Liberlo-Raid, um ihn zu one-shotten. Wir haben uns gedacht, diese Taktik dauert uns etwas zu lange. Natürlich ist die Taktik mit dem Larmus dafür gedacht, dass man alleine den Raid schaffen kann. Allerdings, was macht man, wenn man mit Freunden spielt? Mit Freunden haben wir es öfters erlebt, dass man zu viert mit demselben Pokémon in den Raid geht. Und eigentlich ist das dann ziemlich dumm, weil alle vier Larmus sich die ganze Zeit nur buffen und einer von den vier am Ende tatsächlich nur angreifen wird. Wir haben die Taktik jetzt ein bisschen optimiert und ich erkläre euch ganz kurz, wie ihr das mit euren Freunden machen könnt. Wichtig ist hierbei, dass die Azumarill, die ihr schon für den Kluha-Raid gepusht habt, jetzt einfach den Move rechter Hand haben und Trugträne haben. Das eine Azumarill startet direkt mit Trugträne und im Anschluss setzt es zweimal den Gruppenheal ein. Das zweite Azumarill startet im Endeffekt mit einmal Haut rein, also den Gruppen-Buff für den Damage, setzt danach einmal die Trugträne ein und setzt zum Schluss rechte Hand ein. Das Pummeluf, was ihr hier seht, ist im Endeffekt nur der Psycho-Buffer. Pummeluf kann ersetzt werden, muss es aber nicht. Mein Pummeluf ist jetzt nicht auf Verteidigung gebußt, es stirbt auch am Ende und das ist völlig okay. Denn Pummeluf wird als allererstes Reflektor einsetzen, damit die Verteidigung ein bisschen erhöht wird für die komplette Gruppe. Danach setzt es Psycho-Feld ein, damit die nächste Attacke von Larmus mehr Damage macht und zum Schluss setzt sie die dritte Trugträne ein, damit Liberlo seine Verteidigung komplett reduziert ist. Larmus macht im Endeffekt zweimal reingeschmied und setzt als drittes Psycho-Kinese ein, weil Psycho-Kinese eine größere Grundstärke hat. Somit ist Liberlo direkt nach drei Attacken One-Shot. Ihr habt den Raid in knapp 1 Minute 40 Sekunden geschafft und könnt so mit eurer Gruppe Liberlo richtig schnell farmen. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass ihr bei den DV-Werten das Larmus ganz normal pusht, das Pummeluf bzw. Psycho-Buffer ist eigentlich irrelevant, solange er überlebt und bei den Azumerels solltet ihr auf die EV-Werte HP und Verteidigung gehen, damit sie einfach genügend überleben. Die Trageitems sind theoretisch gesehen bei den Supportern irrelevant und diese Taktik könnte man auch auf alle kommenden Raids überspielen, solange eure Pokémon einfach genügend Leben haben. Ansonsten könnt ihr natürlich die Pokémon ersetzen und einfach wieder mit rechter Hand, wieder mit Trugträne, wieder mit einem Feld-Buff und dem dazugehörigen Pokémon arbeiten, welches dann gegen den Raid am effektivsten ist. Ich hoffe, dieser kleine Trick oder diese kleine Verbesserung hilft einigen und gleich bis zum nächsten Video. Haut rein!